Peace, meine Lieben, Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer. Dieses Bild- und Tonmaterial wurde gerade von meinem Huawei-Laptop, also der Kamera in meinem Huawei-Laptop und meinem eingebauten Mikrofon im Huawei aufgezeichnet. Peace, meine Lieben, meine Lieben, Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer. Dieses Video ist jetzt aufgenommen mit meiner Logitech 525C, das ist eine HD-Kamera, eine HD-Webcam. Peace, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Ja, jetzt, peace, meine Lieben, Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer. Dieses Video, oder ja, diesen Videopart habe ich aufgezeichnet mit meiner neuen Full-HD-Webcam, also keine HD-Webcam mehr, wie hier, sondern eine Full-HD-Webcam. Mit der Insta-IN-W2-Webcam, zweites Modell wahrscheinlich. Ja, so hört sich das Ganze an mit der Kamera und so sieht das Bild aus mit der Webcam. Und dieser Webcam werden wir uns in diesem Video auch widmen, meine Lieben. Ja, nochmal, peace. Jetzt habe ich euch aber zugepieaßt, meine Lieben. In diesem Video geht es um Webcams. Aber wir machen nochmal wieder ein bisschen Smalltalk. Was kommt nach diesem Video, also jetzt in Kürze, wahrscheinlich meine neue Video-Capture-Card. Meine neue Video-Capture-Card. Ihr seht schon am Formfaktor, das ist eine PCI-Karte. Und ich kann sie ja mal rausholen. Ich habe sie aus dem PC ausgebaut, damit ich sie euch zeigen kann. Das Ganze sieht so aus. Und so eine Karte ist das vollgestopft mit Elektronik. Also da steckt schon ein bisschen was auf dem Motherboard. Und ja, Tinten, S-Video-Anschluss und 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 und. Auch einiges an Zubehör dabei. Aber das ist echt ein Profisystem. Das ist nicht ganz so simpel, wie man sich das vorstellt. Man muss sich da dieses Hopf hier so ein bisschen aus dem Ende des Zusammensuchen. Man muss gucken, was kann man damit machen. Das Tolle an dieser Karte ist, die kann man wirklich überall einbinden. In alle möglichen Drittparty-Applikationen. Also das ist schon ein bisschen was für fortgeschrittene Nutzer. Und ja, erkläre ich euch dann, wenn es denn soweit ist. Ihr werdet staunen. Es ist gar nicht so teuer, aber es ist schwierig zu bekommen. Jetzt habe ich das ein bisschen wieder verstaut hier in den Karton. Also das muss ich euch auf jeden Fall zeigen, wie so Interesse besteht. Ich habe ja schon ein paar Anfragen bekommen. Perle, zeig uns das. Die haben genau das gleiche Problem, dass wir unsere alten analogen Schätze hier auf VHS und VHS-C und HI8 und was es alles gibt digitalisieren wollen. Und die haben wahrscheinlich genau das gleiche Problem, was ich auch hatte. Es ist einfach nichts Vernünftiges am Markt gibt, außer sowas. Ansonsten gibt es für viel Geld und auch für wenig Geld fast in diesem Bereich fast nur Schrott. Sonst muss ich hier noch ein bisschen vernünftig ausrichten. Der Perle, der fuscht hier auch wieder hart rum. Ja, habt ihr euch vor meinem letzten Video erholt, drei Stunden, dreieinhalb Stunden Video mit der Überwachungskamera, habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Aber noch habe ich ein paar Sachen, die ich euch unbedingt auf dem Weg mitgeben werde und wollte. Und ja, muss ich euch zeigen. Aber so richtig großen Spaß macht, wenn das jetzt mittlerweile nicht mehr, wenn es in diesem Channel nicht vorangeht. Was mir jetzt Spaß gemacht hatte, was ganz interessant war, mit meinen Stammzuschauen hatte ich vorgestern ein Hangout gemacht. Das war eigentlich kein Hangout, sondern eher so ein Test. Das war ein Webcam-Test meiner neuen Full-HD-Webcam. Da wollte ich eigentlich nur wissen, wie der Ton ist. Ja, mittlerweile weiß ich das. Das funktioniert sehr, sehr gut. Weil da war ich ein bisschen skeptisch. Da muss ich nochmal einen Test machen. Und aus diesem kleinen Test, also 5-Minuten-Test, ist wieder ein dreieinhalb Stunden Video entstanden. Aber da kommen wir nachher zu. War ganz lustig. Das hat mir wieder große Freude gemacht. Und es hat mir gezeigt, dass mein Channel, der doch noch einige Zuschauer hat. Aber ich habe ja echt nur noch Gäste und Leute, die sich hier in diesen Channel reinführen. Also meine Videos sind im Grunde genommen Archivvideos. Also ich kann mir das mit dem ganzen Smalltalk-Part für die Bad Peoples schenken. Für einige mag das ganz interessant sein, aber ich mache das nicht mehr, wenn ihr Smalltalk-Part. Das ist verschwendete Energie. Es bringt einfach nichts. Es bringt mir nichts und es bringt euch nichts. Na klar, euch bringt einigen, ganz wenigen. Ich würde das eventuell was bringen, aber es lohnt sich einfach nicht. Also ich würde jetzt echt meine Videos straffen. Ich würde sie kürzen und ich würde sie wahrscheinlich so machen wie alle anderen auch. Bloß eben im Pearless-Style macht mir dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Das werde ich nochmal ausprobieren, wahrscheinlich. Und dieses Video gehört auch dazu. Was auch noch interessant ist, mittlerweile habe ich ja hier meine 870 EVO 1TB Festplatte, also SSD-Festplatte von Samsung. Die habe ich im Einsatz. Sehr interessant. Ja, hier habe ich auch eine 250er im Einsatz. Ich habe die beiden miteinander verglichen. Die ist natürlich, das ist das, die QVOs. Das ist ja im Vergleich zu den EVOs, kann ich auch nochmal ganz kurz sagen, da ist es so, dass jede Speicherzelle, glaube ich, 3 Bit oder sowas hat. Und hier sind es 4 Bit. Dadurch ist die Packungsdichte auf so einem Chip natürlich höher. Aber die unterscheiden sich schon, im praktischen Einsatz unterscheiden sich interessanterweise nicht. Also bei mir habe ich schon, also wenn man mal 100 GB hin und her kopiert, dann merkt man schon, nach 40, 45 GB in den Dreh, schaltet die eine Stufe runter. Also wo die wirklich die 100 GB in einem Rutsch, volle Power, auf die Festplatte, also auf die SSD kopiert, geriet das 1 TB Modell nach, ich glaube so 42, 43 GB, schaltet sie runter. Aber wann hat man mal solche enormen Kopieraktionen auf so einen Platten? Eigentlich eher selten. Und ich hatte es einmal, weil ich hatte ein Spiel, das hatte, das habe ich darauf kopiert, auf die neue, das hatte 130 oder 140 GB. Da habe ich das gemerkt. Ich denke, ui, nach 45 GB schaltet die Platte so ein bisschen in den Schwarmmodus an. Ansonsten hat die natürlich auch hier volle Geschwindigkeit. Aber Lesegeschwindigkeit immer volle Pulle und beim Schreiben her nach 42 GB, also in einem Rutsch. Wenn ihr irgendwas kopieren solltet, was größer als 42 GB ist, bis 42 GB volle Power und dann schaltet der eine Stufe runter. Das hat mit der Technik zu tun, dafür ist sie aber auch deutlich günstiger. Und im praktischen Alltag, verglichen zu den Evo-Modellen, tut sich da nicht ganz so viel. Außer, dass das Evo-Modell 5 Jahre Garantie hat und das Modell 3 Jahre Garantie. Und ab dem 2 TB Modell rutscht man da in die Bremse rein bei, ich glaube 73, also das Doppelte, irgendwie 73 oder 80, um die 80 GB. Die 2 TB Variante habe ich nicht. Das müsste so um die 80 GB liegen, bis diese Bremse zum Vorschein kommt. Das hat mit dem eingebauten Hochgeschwindigkeitsspeicher da drin zu tun. Das ist bei der Evo-Technologie, ist das ein bisschen anders gelöst, aber ein cooles System. 1 TB volle Möhre, sauschnell das Teil. Das ist wirklich nur der einzige Unterschied. Da kommt immer darauf an, was man damit vorhat. So eine Riesendaten, in der Regel, werden die Leute nicht kopieren. Solltet ihr daran Interesse haben, dass ich euch die 1 TB nochmal in alle verglichen mit den Evo-Modellen, in allen Einzelheiten nochmal vorstelle mit Geschwindigkeitstest und so und so und. Sach Bescheid, kann ich machen, ist kein Problem. Wie gesagt, die habe ich im Einsatz, oben im PC, bin angenehm überrascht, finde ich echt toll das Teil. Insbesondere da ja die QVO-Serie, die Budget-Serie ist, also die ist natürlich deutlich günstiger als die teuren Evo-Serie. Und von der Qualität her merke ich da keinen großen Unterschied zur Evo. Einmal bin ich in diese Bremse reingerutscht, hatte mich gewundert. Ich denke, ui, drosselt er die Geschwindigkeit, glaube ich, auch von 500 auf 110 Megawatt pro Sekunde. Ich meine, er laget da immer noch wie ein großer, aber eben er drosselt ein bisschen den Speed nachher runter. Wenn man wirklich in einem Rutsch Dateien kopiert, in einem Abwasch, rutscht man da an diese Bremse ran. Aber wie das Ganze technisch zusammenhängt und ob sich das für euch bemerkbar macht, das könnte ich nochmal in einem Review genau mit euch zusammen beleuchten, so ihr da Interesse daran haben sollt. Schreibt es einfach mal in das Video, denn mache ich das. So, jetzt kommen wir zum Ende mit dem Smalltalk-Part. Jetzt trinke ich erstmal ein bisschen Treetop. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Dieses Video wird auch nicht unbedingt besonders lang, weil ich eigentlich auch nicht ganz so viel zu erzählen habe. Also, ich habe vor etlichen Jahren für meine USA-Hangouts, habe ich mir meine Webcam geholt hier. Und zwar hier die Logitech. Ich müsste mal das Licht ein bisschen anders drehen. Die Logitech, hier ist sie, die Logitech. Das ist die 525C, heißt die, glaube ich. Die hat, glaube ich, gekostet so um die 50 Euro. Ein cooles Teil. Kann man echt nicht motzen. Mit extra Software noch dabei zum Konfigurieren und, und, und. Brauche ich persönlich nicht wirklich. Aber es ist nur eine HD-Webcam. Und mir wäre es ganz lieb, mal eine Full-HD-Webcam zu haben. Weil mit Full-HD ist ja mittlerweile doch Standard. Und HD ist so ein bisschen, ist nicht mehr ganz so meins. Also das Ding ist doch schon ein bisschen ins Alter gekommen. Und dann dachte ich mir, Logitech als Full-HD-Version wäre ganz interessant. Und sie kann im Grunde genommen auch schon wieder fast zu viel. Das brauche ich alles gar nicht. Ja, eine Full-HD-Variante, auch von Logitech am besten, wäre ganz interessant. Aber das ist daran gescheitert, habe ich immer ein Auge gehabt. Schon die letzten Jahre habe ich immer mal geguckt. Die Full-HD-Variante sind einfach zu teuer. Das kann echt kein Mensch bezahlen. Da nimmt Logitech richtig viel Geld. Ich meine, für die haben die ja auch schon richtig viel Geld genommen. Aber die ist okay. Damit lässt sich arbeiten. Und da war ich immer mal am gucken, welche Markenhersteller bieten noch Webcams an, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Insta hatte schon, naja, eine gewisse Zeit hat Insta schon eine Webcam im Angebot. Die fand ich aber persönlich nicht ganz so toll. Und jetzt haben sie relativ neu, also nach dem, was ich herausgefunden habe, relativ neu hier eine Webcam. Findet man auf der Insta-Homepage, findet man die. Das ist die INW2. Insta Full-HD 1080p Webcam INW2. Die kostet dort, auf der Homepage von Insta, 49,99 Euro. Da kommt noch Versand dazu, aber nicht viel. 2,90 Euro mit deutschem Paketdienst. Oder wenn man per DAL das angeliefert haben will, ich glaube 4 Euro, habe ich mir so aufgeschrieben, 4 Euro, ja. Also dann wäre man da bei 49, also wäre man bei 54 Euro. Fand ich auch schon so ein bisschen, naja, ich denke, oi, geht vielleicht auch noch günstiger. Geht, weil Insta bietet die Kamera, auch bei Amazon an, für 10 Euro weniger. 39,99 Euro und der Versand ist da inklusive, also Versand ist kostenlos. Also 15 Euro günstiger als im Insta-Webshop. Oder auf der Insta-Webseite. Aber das kennen wir ja auch von den Kameras. Die Kameras sind manchmal bei Amazon auch ein bisschen günstiger. Wie das, warum das so ist, erschließt sich mir nicht ganz. Aber es ist ja egal. Und für 39,99 Euro ohne Versandkosten kann man sowas nochmal testen. Habe ich jetzt hier. Und zwar angeliefert, wie gesagt, in so einem kleinen, na klar, in der ganz normalen Umverpackung, wie man sie kennt von Amazonien. Und da ist ein kleiner Karton drin. Das ist die gesamte Verpackung von der Full-HD-Webcam. Und hier ist die Full-HD-Webcam. Und was ist noch in den Karton? Da ist nicht viel drin. Das ist nur die Full-HD-Webcam. Eine kleine, zeige ich euch nachher im Detail, noch eine kleine Mini-Bedienungsanleitung. Da gehört ja nur nicht viel zu. Und ein Stativ ist auch noch dabei. Mehr ist es nicht. Und das Ganze anständig verpackt in so einem Tütchen. Die Webcam zeige ich euch gleich im Detail, was sie kann und was sie nicht kann. Kommen wir jetzt mal zu den Features dieser Full-HD-Webcam von Insta, die INW2. Ja, dann gehe ich jetzt hier mal so rüber und blende da nochmal ein bisschen was ein. Also ich würde sie bei Amazon kaufen für 39,99 Euro. Versand kostenlos. Die Webcam kann man komplett schwenken. Die ist 360 Grad drehbar. Also man hat eine flexible Ausrichtung. Auflösung hat sie 1920x1080p. Das ist eine Full-HD-Webcam mit einem Weitwinkel von 110 Grad. Also schon recht weitwinklig, wie ich finde. Das reicht vollkommen aus für Skype oder was gibt es da alles? Zoom, Skype, Google Hangouts, FaceTime, Online-Unterricht zum Beispiel. Also ich meine, so ist für Kinder das vielleicht auch ganz witzig, wenn man Online-Unterricht macht. Also hat eine anständige Auflösung, hat eine anständige Bildqualität, hat eine objektive Abdeckung. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ihr seht es hier. Ist jetzt geschlossen. Und das Ganze kann man auch aufklappen. Das rastet hier oben so ein und wieder schließen. Wenn man es nicht benutzt, finde ich ganz geckig. Das habe ich beim anderen Hersteller so noch nicht gesehen. Also eine Objektivabdeckung ist vorhanden. Ein 1,50 Meter langes Kabel ist hier mit dran. Also richtig ausreichend Kabel. Das finde ich auch sehr gut. Das ist eigentlich mehr als andere Hersteller bieten. Ein Mikrofon ist eingebaut. Da sage ich gleich noch mal was zu. Ein Stativgewinn, ein Standfuß ist vorhanden. Ja, man hat hier auch noch so eine Klemmvorrichtung für den Laptop zum Beispiel. Ziemlich simpel gemacht. Aber funktioniert ass rein. Und das Interessante ist, das findet man auch bei ganz wenigen Webcams. Hier unten hat man noch, ist das ein Viertel Zoll, also hier so ein Stativ für den Stativhalter. Man kann die Webcam auf jedes herkömmliche Standard-Stativ adaptieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Stativgewinnanschluss, die Kamera braucht keine Software. Sie ist Plug & Play unter Windows. Ich glaube, ab Windows 8.1 irgendwie. Windows 8.1, Windows 10, der sowieso reinstecken läuft. Also dauert es ein paar Sekunden, dann installiert er im Hintergrund Treiber. Sie ist Plug & Play unter Windows und der Mac OS, da kann ich mal nicht ganz so viel zu sagen. Und Linux. Ab welcher Version, weiß ich nicht. Aber wenn man eine aktuelle Linux-Version hat, ist das auch Plug & Play voll benutzbar. Wie gesagt, man kann sie für Videokonferenzen benutzen, zum Skypen. Da werde ich sie im Urlaub benutzen. Das ist also quasi eine Webcam, die meine HD-Webcam ablösen wird. Und eine bessere Auflösung, eine bessere Qualität verspricht. Hier ist es HD-Auflösung, 1280x720. Das Bild wirkt ein bisschen verwaschen durch die geringe Auflösung. Und ja, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und das ist eben Full HD und ja, feuerfrei, machen meine lieben Freunde. Ihr habt ja am Anfang gesehen den Unterschied auch schon. Weil auch die Kamera in meinem Laptop, die ist ja auch schon nicht die schlechteste. Die eingebaute hier. Hier oben ist sie. Warte, seht ihr das? Hier oben ist die kleine Kamera. Und hier unten ist das Mikrofon. Hier irgendwo seitlich. Und die ist auch schon nicht übel, wie ich finde. Aber gegen die Full HD-Webcam, hier kann die absolut nicht anstinken. Also tolle Sache. Wird für mich im Urlaub ganz interessant sein. Dafür habe ich sie mir geholt. Für 39,99 Euro. Und die passt. Also gutes Preis, sei es nicht so günstiger als damals die Logitech-Webcam. Das war es im Grunde genommen auch schon. Jetzt gucken wir uns mal die Kamera im Detail an. Was ist dabei und was ist nicht dabei? Was hat sie und was hat sie nicht? Das schauen wir uns mal im Detail an. Das mache ich modern, jetzt schneide ich und bis gleich und auf meine OP-Fläche. In diesem Karton wird euch die Kamera geliefert. Ich habe die Kamera hier schon rausgenommen. In dieser Tüte liegt sie drin. Was ist noch in dem Karton? Ich kann es euch zeigen. Zwei Sachen. Einmal, das ist ganz gackig, ein Tischstativ, liegt da drin, mit diesem Gewindeanschluss. Hier ist die Kamera. Wir haben ja gesehen, hier unten ist ein Stativgewinde drin, ein Viertel Zoll. Da kann man die Kamera irgendwo hinstellen, entsprechend ausrichten, wie man es mag. Und auf dem Tisch betreiben, auf dem Stativ. Also liegt mit bei. Finde ich cool. Interessantes Feature. Finde ich nett, dass sie das beigelegt haben. Okay, das ist auch mal kein großartiges wilder Artikel. Hier ist nochmal eine Art Beginnungsanleitung dabei, wo drauf steht, was was ist und was man kann und hin und her. Und wie das Ganze funktioniert. Macht euch ein Standbild. Falls euch das interessieren sollte, wie man es am Laptop montiert, dass man den USB-Stecker in den Laptop reinstecken muss und 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 und. Das Ganze hat man hier einmal in, wie ihr seht, in Deutsch und auf der Rückseite das gleiche nochmal in Englisch. Also mehr Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Das macht Insta natürlich sympathisch, dass sie das nicht übertreiben mit den ganzen Installationsanleitungen. Also es liegt im Primär bei, haben wir dieses Tischstativ. Es ist aus Kunststoff. Klar, sonst würde man den Preis auch nicht halten können. Aber es macht einen anständigen Eindruck. Die Dinger hier, die Füße, die rasten hier nach außen hin ein. Das Ganze ist hier oben gummiert, dass man nichts erkratzt. Also ist schon okay. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen für irgendwas anderes, für eine kleine normale Kamera. Man muss da ja nicht eine Webkamera aufstellen. Also da kann man schon alles Mögliche adaptieren. Ich könnte sogar mal eine dicke, fette Olympus darauf adaptieren, wenn ich es denn möchte. Finde ich interessant. Es ist dabei nicht. Aber es ist für mich nicht ganz so wichtig. Hier sehen wir schon das Kabel. Das ist hier ja die Webcam. Hier sehen wir schon das Kabel. 1,50 m ist die Zuleitung lang. Und man sieht hier auch schon, hier ist auch noch ein Magnet drin, der Interferenzen und Protoperanzen, wie oft Enderpreis, so ein bisschen verhindert. Hat man auch bei ganz wenigen Modellen. Also das ist schon anständig. Und dann vor allen Dingen eine anständige Länge. 1,50 m ist schon nicht übel. Auf der Rückseite findet man Gehäuse. Man kann das Gehäuse öffnen. Für Gehäuseschrauben ist nichts geklipst. Das ist vernünftig geschraubt. Die Vorderseite, wie ihr seht, oder auch nicht. Ja, hier können wir uns ganz gut sehen. Auf der Vorderseite findet man den Objektivschutzdeckel, den man hoch- und runterklappen kann. Der rastet hier auch ein. Ja, LEDs für den Betrieb. Dann leuchten hier zwei LEDs. Einmal eine, ja, eine An- und Aus-LED. Und eben, wenn die Kamera wirklich online ist, leuchtet hier auch nochmal eine zweite LED. Hier vorne hat man noch ein kleines Loch. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, hier kann man es sehen. Ein kleines Loch. Dahinter steckt das Mikrofon. Und hier hat man die Full-HD, den Full-HD-Sensor, hinter Glas. Und dann seht ihr hier noch diese kleinen, da nehme ich mal meine Pinzette, dann seht ihr noch hier vorne, diese kleinen Einrastungen. Ich gehe da mal jetzt ein bisschen dichter ran. Das sind wir Spezialanwendungen. So. Jetzt seht ihr hier vorne. Ja, hier kann man es ganz gut sehen. Hier, hier und auf der anderen Seite. Also da könnte man reingehen. Also über diese Rast-Nupsis kann man den Fokus des Objektives verstellen. Also das Ding hat keinen Autofokus. Es hat einen Fixfokus sozusagen ab 50 Zentimeter. Es ist so eingestellt, dass sie zwischen 40 und 50 Zentimeter alles scharf anzeigt. Und dahinter auch alles scharf. Aber wenn man eine Spezialanwendung haben sollte, dass man so eine Art Makro hat, dass man irgendwas ganz dicht von dem Objektiv präsentieren will, sollte man, oder kann man das einstellen. Also man kann den Fokus hier einstellen, aber das ist eher manuell. Manuell. Reicht aber vollkommen aus. Ich bin der Meinung, dass man da gar nichts machen muss. Ab 40, 50 Zentimeter wird alles anständig, scharf angezeigt. Und das ist ja auch die Anwendung von so einem Teil. Man will eine Videokonferenz machen, man unterhält sich mit den Leuten, man sieht die Leute, zeigt was in der Kamera und hält es nicht direkt vor die Kamera, hält es ein bisschen weiter weg. Das passt vollkommen zum Beispiel irgendwie sowas. Aber Details kann man damit natürlich nicht zeigen. Das könnte man natürlich mit anderen Systemen machen, die aber auch immer das Problem haben, dass der Autofokus natürlich auch nicht richtig vernünftig funktioniert. Also dass man da immer nachregeln muss manuell. Und das fällt hier komplett weg. Und wenn man wirklich mal eine Makroanwendung hat, könnte man, oder den Fokus woanders hinsetzen will, könnte man das natürlich mit dem Drehrädchen einstellen. Also finde ich ganz sympathisch. Eine mechanische Lösung, die man in Sonderfällen benutzen kann, aber eben im Grunde genommen braucht man nichts machen. Out of the box. 40 bis 50 Zentimeter Abstand. Da wird alles scharf. Das ist natürlich perfekt. Hier vorne hat man den Insta-Schriftzug. Das untere Teil, was man nachher an den Laptop befestigt, lässt sich 360 Grad drehen. Das ist komplett drehbar. Das Ganze. Und hier unten hat man noch, seht ihr, das ist gummiert. Das ist so ein Gummi drauf. Hier unten hat man, damit man sich sein Laptop nicht zerkratzt, hier auch noch alles schön gummiert. Auch hier vorne, seht ihr hier, Gummi, Gummi, Gummi. Dass man auf keinen Fall an seinem Laptop, wo man die Kamera dran hat, Kratzer erzeugt. Das ist hier zum Beispiel eine ganz andere Hausnummer. Hier ist alles Kunststoff. Und das ist eine Logitech. Das ist alles Plastik. Das ist Plastik. Das Schöne an der Logitech ist natürlich, dass der Deckel sozusagen auch gleichzeitig ein Objektivschutzdeckel ist hier. Dieser Klappmechanismus für den Laptop. So kommt das hier nachher auf dem Laptop irgendwie rauf. Die Logitech. Dann dreht man das wieder und klappt das wieder zusammen. So, jetzt schauen wir uns mal die Breite oder Höhe an. Das ist die Logitech hier im Vergleich. Und das ist die Full-HD-Webcam. Sie ist ein bisschen größer als die kleine, kompakte Logitech. Ich stehe so übereinander halt. Okay, die Dicke ist ungefähr gleich. Aber hier hat man natürlich noch unten diesen großen, die große Adaption. Die kann man ja nicht wegschwenken. Ja klar, man kann es ein bisschen kippen, ist logisch. Und drehen, aber sie ist fest verbaut mit der Kamera. Also die Kamera hat ein bisschen mehr Volumen, was den Transport angeht, als die Logitech. Dafür hat sie aber auch das deutlich bessere Bild. Also das stört mich ehrlich gesagt nicht ganz so doll. Die finde ich echt gut. Hier unten der Insta-Schriftzeug, der Herstellerschriftzeug, wie gesagt, alles gummiert. Und hier seht ihr, das Gewinde könnt ihr, das ist ein Standardgewinde für jedes hauseigene Stativ oder eben das mitgelieferte Tischstativ. So, jetzt ist die Frage, wie installiert man diese Kamera auf einem Laptop? Das zeige ich euch jetzt mal. Dazu gehe ich aber ein bisschen weiter nach oben, ob ich euch das vernünftig zeigen kann. So, jetzt schnappe ich mir mal hier mein Huawei. Klappe ihn auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, und dann hat man hier natürlich seine Webcam. Ja, nichts einfacher als das. Man klappt einfach diesen Fuß nach hinten. Und dann hat man ja hier, ihr seht es hier vorne, das legt man hier oben auf den Rand. So, dann würde die Kamera natürlich so hängen. Das macht natürlich so keinen Sinn. So, dann kippe ich das mal wieder hier hin. Und dann kann man diesen Fuß hier hinten einfach, wenn man den nach vorne biegt, ändert sich natürlich der Winkel. Seht ihr? Ich biege ihn jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne. Also so kann man die Kamera individuell anpassen an den Winkel, den man braucht. Also hier sozusagen über dieses Gelenk, das Ding stößt hier sozusagen unten gegen. Ich könnte es euch nochmal, wenn ich ihn ein bisschen zu mache, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Wartet mal. Die Technik, die dahinter steckt. So kann man das ganz gut, glaube ich, sehen. Also wenn ich ihn jetzt so mache, seht ihr? Dann ist die Kamera eher nach oben. Sie soll jetzt weiter zu mir, also so hin. Ja, was macht man? Man drückt ihn einfach ein bisschen runter. Oder drückt ihn noch weiter runter. Und je weiter man runter drückt, desto weiter kommt die Kamera natürlich nach vorne. Und sie ist fest. Also sie hält gut. Also da fällt nichts ab. Seht ihr, ne? Also erst rein. So sieht das Ganze dann nachher auch aus. Seht ihr? Das ist die Webcam. Ja, was braucht man noch? Ja, man nimmt sich dann das Kabel, das USB-Kabel und steckt es einfach in seinen Laptop hier rein. Und schon ist man einsatzbereit. Macht die Klappe hier auf. Schon wäre man, ihr seht, einsatzbereit. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Könnte ich den Laptop wieder wegnehmen. Also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt schwenken wir mal wieder in die normale Ansicht. Zack, da bin ich wieder. Jetzt wäre wieder in der normalen Ansicht. Ja, im Wunder der Technik. So, wollen wir noch mal was trinken. Ja, ein Kurzvideo, meine Lieben. Na, viel gibt es so in der Webcam hier auch nicht zu erzählen. Die Webcams so vor sich hin. Ja, so sieht das Ganze nachher auf dem Notebook aus. Mit geöffnetem Deckel. So, nun will ich mal hier OBS-Studio starten. Nämlich euch eine Sache zeigen. So, und dann seht ihr unten den Aussteuerungslevel. Ich mach mal ein bisschen heller. Ist schon hell, so. Dann seht ihr jetzt den Aussteuerungslevel hier unten, den grünen Balken. Seht ihr den? Jetzt halte ich mal die Fresse nach. Wenn ich rede, na klar, steuert er natürlich ein bisschen aus. Jo. Hier seht ihr übrigens meine Kamera, mit der ich aufzeichne. Also, er hat ein kleines Grundrauschen. Und das war mein Problem. Ihr seht ab und zu mal dieses Zucken, was er da hat. Das war für mich erstmal im ersten Moment ein kleines Problem. Ich mach das mal wieder aus. Da dachte ich, na, wenn man das Rauschen nicht zu extrem ist. Ich hab festgestellt, die Logitech-Systeme, die haben eine eigene Rauschunterdrückung eingebaut. Die kriegen dann so ein bisschen digital nachgearbeitet oder entrauscht, digital entrauscht. Die hätten wahrscheinlich auch ein höheres Grundrauschen, wenn diese Rauschunterdrückung da nicht eingebaut wäre. Ob das nun über die Software läuft oder über die Kamera, ich weiß es nicht. Das hat diese Kamera nicht, diese eingebaute Rauschunterdrückung. Das wird aber zum Beispiel in Skype. Ich hab mit Skype mal einen Testanruf gemacht. Ich mach's mal. Gibt's ja bei Skype. Jetzt rücken wir hier mal ein bisschen lauter. So. Und dann kann man hier nämlich irgendwo reingehen. Wartet mal. Unter Einstellung. Also mal allgemein. Audio und Video, genau. Und unten kann man einen kostenlosen Testanruf tätigen. Das mach ich jetzt mal. Hallo. Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. So, ich mach das jetzt mal wieder aus. Also, ihr habt mitgekriegt oder vielleicht auch gehört oder ihr ahnt es, dass der Ton in Ordnung ist. Also, dass da kein extremes Rauschen vorhanden ist, was erst mal eine Befürchtung war. Dann habe ich nochmal zusätzlich, um es noch gegen zu prüfen. Bei YouTube gibt es ja, YouTube hat ja eingebaut in der Web-Oberfläche, dass man sofort losdrehen kann. Ich habe einen Probestream gemacht. Es sollte nur fünf Minuten Testdrehen sein, wo ich nur fragen wollte, wie ist der Ton von der Kamera, wie ist das Bild und wie ist der Ton. Okay, YouTube komprimiert natürlich extrem runter. Das ist bei OBS natürlich was anderes. Das kann man bei OBS Studio hier, dieser Software, die ich euch vorhin gezeigt habe, kann man das einstellen. Also, da könnte ich ja mit voller Bandbreite streamen, da wird die Bildqualität natürlich richtig, richtig gut. Aber das war, also hier, das war ja eigentlich nicht, das wollte ich nicht ausprobieren, sondern ich wollte das erst mal mit Hauswirteln ausprobieren. Und hier ist übrigens ein Screenshot von dem Test-Hangout, den ich da über YouTube gemacht habe. Es sollte nur ein 10 Minuten Hangout werden. Es ist nachher 3, 3,5 Stunden lang geworden. Also, es hat sich einer, also mit Mama, ich hätte mich schon gefreundet, wenn zwei Zuschauer live gewesen wären, als sich das angeguckt hätten. Und einer sagt mir, ist der Ton in Ordnung? Ist der Ton verrauscht? Wie ist das Bild? Wie ist der Ton? Kommt das ungefähr hin? Passt das für so ein Standard-Hangout? Und die sind wirklich, die haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Also, der Ton ist gut und das Bild ist auch gut. Allerdings, bei YouTube darf man ihn vergessen. YouTube haut da natürlich eine Mörderkompression rein. Die richtige Bildqualität, ich kann das jetzt mal aufnehmen hier. Ich sitze jetzt hier und starte jetzt hier meine Aufnahme. Und dann machen wir es mal parallel. Ja, also, jetzt seht ihr mich oben in meiner normalen Kamera und schwenken wir mal runter auf meine Webcam. Also, das ist die Qualität der Webcam in vernünftiger Qualität über OBS. Also, das ist die Webcam-Qualität, die ihr dann entsprechend übertragen könnt. Also, ihr seht, das ist echt anständig. Wenn ich hier meinen Powerade hinhalte, ihr seht, was es stand vom Powerade und, und, und. Der einzige Nachteil eben, wenn ich jetzt ganz dicht mit dem Powerade an die Kamera rangehe, dann seht ihr, dass sie unscharf wird. Das ist jetzt ungefähr so 10 cm von der Kamera entfernt. Und das ist jetzt so 30 cm von der Kamera entfernt. Da wird es schon scharf. Und bei 40, so um die 40 cm ist der Fokus gesetzt. Und ich bin jetzt 50 cm, also meine Frise ist 50 cm entfernt. Und wenn ich jetzt hier so überzeige, so, dann seht ihr auch, alles scharf. Alles scharf. Oder hier hinten hin, alles scharf. So weit. Kann man echt nicht rummosern. Ja. Ja, haben wir aber beides gehabt. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Jetzt seht ihr mich wieder oben. Über meine Olympus. Und nun schalte ich quasi das Webcam-Bild nochmal online. Jetzt schalte ich mal den Laptop hier hin. Das ist jetzt das Webcam-Bild von meiner Insta INW2. Also ich finde, das geht echt in Ordnung. Die Bildqualität ist toll. Dunkelqualität ist auch okay. Und jetzt stoppe ich das mal. Dann habt ihr das mal gesehen. Aufnahme ist gestoppt. Und gehört. Also das passt. Also die Kamera, also die Webcam, die macht echt coole Aufnahmen. Und ich kann sie jetzt mal drehen. Zu mir drehen. Und dann zeige ich es euch nochmal. Könntet ihr es auch nochmal sehen. Das ist ja das Tolle, dass man das hier alles komplett umkonfigurieren kann. Und dann, genau. Ich werde noch ein bisschen nach oben weiter. Und dann könnt ihr das hier direkt sehen. Jetzt habe ich die Kamera direkt auf mich gerichtet. Und ihr seht, das ist das Bild der Webcam. Also, da bin ich. Also, Astreiner Style. Man braucht keine Software installieren. Keine Spezialsoftware. Und, und, und. Also, wirklich toll. So, jetzt ziehe ich das hier mal raus. Ich nehme sie ab. Fahre den Rechner runter. Zack. Und hinaus. Ja, dann sind wir auch schon durch. Also die Kamera, die macht alles das, was sie machen soll. Und das für 39,99 Euro. Inklusive Versand. Allerdings bei Amazon. Den Link findet ihr unter dem Video. Und. Ja. Das ist sie. Kann ich nur sagen. Moment. Kann ich nur sagen, so sieht es uns besser. Kann ich nur sagen, Daumen rauf, meine Lieben. Also, die Kamera, die finde ich richtig, die Webcam finde ich richtig geil. Hat richtig Art. Hat richtig Art, das Teil. Macht mir, macht mir großen Spaß. Deswegen einen Daumen nach oben. Also, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich wieder unschlagbar genial bei Insta. Wir wissen es. Wobei Insta-Produkte von Haus aus ja eigentlich ein bisschen teurer sind. Okay, sie hat eben Nachteile. Sie hat keinen eingebauten Autofokus wie die Logitech-Systeme. Denke ich, ist aber auch nicht so wichtig, weil das ist eher so ein Teil für Konferenzen, für Zoom, für Skype, für Google Hangouts, für FaceTime und, und, und. Reicht vollkommen aus. Und wenn man wirklich mal eine Spezialanwendung hat, kann man den Fokus natürlich auch noch entsprechend anpassen. Hier oben, über diese beiden Nupsis, dann dreht man ihn so hin, wie man haben will. Aber, ich finde die Standard-Einstellung, 40 cm bis unendlich alles scharf, das passt schon. Also, für Makro ist das nix, aber ansonsten, für diese Anwendung, tobi, tobi, für meine Las Vegas Hangouts, richtig, richtig gut. Und normalerweise wollte ich diese Kamera, am Strand wollte ich sie mit euch ausprobieren, über den Laptop, mit meinem Handy verbunden, ins Internet rein. Sozusagen Stream, um euch das nochmal zu zeigen, mit OBS aber diesmal. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber das ist draußen so kalt und so unangenehm. Also, wir haben endlich Minusgrade, da renne ich nicht unten und stürmt wie Sau, da renne ich draußen nicht rum. Tut mir leid, mir aber eine ganz gängige Geschichte gewesen. Das war eigentlich geplant, aber ich habe es nur heute halt gekniffen. Da dachte ich, wir waren lieber in einem Bude, schöner ist. Also, die Insta INW2 kriegt von mir, wie gesagt, ein, eigentlich zwei Daumen nach oben. Sie liegt von der Bildqualität dramatisch über der Logitech. Und der einzige Nachteil ist dieses Grundrauschen, was aber kein Problem ist. Diese ganzen Software wie Skype, diese ganzen Software-Geschichten wie Skype und auch bei YouTube, bei dem YouTube dreieinhalb Stunden Video, was ich da gemacht habe, da hat YouTube halt eben die Komprimierung extrem reingehauen, weil YouTube natürlich dann Standard-Einstellungen nimmt. Wenn ich das per OBS gestreamt hätte, wäre das eine ganz andere Hausnummer gewesen. Da hätte ich dann mit 6 Megabit gestreamt, dann wäre das Bild natürlich knackscharf gewesen. Aber es war für mich auch mal ein Test, das allererste Mal, dass ich diese eingebaute YouTube-Funktion genommen habe. Ein bisschen pixelig das Ganze, klar, weil YouTube da eben, wie gesagt, die Kompression so hoch reinballert, aber tonal war das in Ordnung, es passte alles, also das Hangout war lustig, es war unterhaltsam für alle Leute. Also perfekt, aber es geht natürlich deutlich besser mit den entsprechenden Programmen bei YouTube zum Beispiel nicht über den YouTube eigenen, auf der Webseite, auf der YouTube-Webseite über den eigenen Service-Stream, sondern benutzt lieber OBS-Studio zum Stream und konfiguriert euch das entsprechend eurer Bankbreite ein, dann wird die Bildqualität auch dramatisch besser. Tonal ist das in Ordnung. Bei YouTube hat man auch gemerkt, da ist eine Rauschunterdrückung drin, der Ton wird noch Rauschunterdrückt, bei Skype wird es Rauschunterdrückt und bei den anderen Geschichten, bei den anderen Anbietern auch, also da läuft es halt über die Anbieter wohl. Bei OBS-Studio kann man eine Rauschunterdrückung als Filter auch noch mit zupacken, also überhaupt kein Problem, dieses erhöhte Grundrausch, was mir so ein bisschen anfänglich ein bisschen Sorgen gemacht hat, diese Sorgen waren im Grunde genommen unbegründet. Also tonal ist das Ding gut, bildtechnisch ist das Teil gut. Wie gesagt, den Hangout, den Link von dem Hangout, den ich da gemacht habe, verlinke ich euch unter das Video und auch diese Beispiel-Videos, damit ihr die mal vergleichen könnt. Alle drei Videos, einfach von meinem Huawei, von der eingebauten Kamera hier in meinem Huawei und dem Mikrofon, hier von dieser kleinen Kamera, das ist glaube ich auch eine Full-HD-Kamera, von dem kleinen Huawei-Teil, von der Logitech und von der Insta. Alle drei Videos im Original könnt ihr euch unter dem Video herunterladen und euch nochmal auf meinem PC zu Hause selbst angucken. Das hatte ich am Anfang ja angezeigt und eingeblendet, aber so habt ihr dann auch nochmal einen direkten Vergleich. Also so habt ihr im Grunde genommen alles, was ihr so braucht, um eine Entscheidung zu finden, ob die Kameras für euch ist. Ja, habe ich sonst noch was zu erzählen? Nein, wie gesagt, nochmal Daumen rauf, Insta INV2, ein cooles System, ein witziges System. Genau danach habe ich gesucht und das für kleines Geld, für 39,99 Euro. Bei 49 Euro würde ich sagen, das ist schon, ja, also alles größer 49 Euro, also das wären dann ja schon 55 Euro, müsste man genau überlegen. Aber für 39,99 Euro ist das echt für mich ein Blindkauf. Also das Ding ist echt cool, wenn man die entsprechenden Anwendungen hat, dass man skypen will, dass man ein Hangout machen will, FaceTime und was es alles gibt hier, diese ganzen Online-Konferenzsysteme. Ton ist anständig, Bild ist anständig, was will man mehr? Und das für 39,99 Euro, eine Full-HD-Webcamp. Geil. So, jetzt habe ich aber, weil ich nicht weiter nichts zu erzählen habe, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn ihr Fragen haben solltet und ich irgendwas vergessen habe, solltet zu erwähnen, dann packt mir das bitte unten in die Kommentarbox, versuche ich euch zu beantworten, ja, Vorschläge, Anregung, Kritik, wie auch immer, immer in die Kommentarbox reinballern und ansonsten sage ich, dieses Video ist beendet, ein kurzes Video, ein vergleichsweise kleinere Video-Broken, aber das ist dem geschuldet, dass man zu so einer Webcam natürlich nicht ganz so viel sagen muss und er kann, insbesondere, weil er auch keine Software benötigt wird. Das finde ich auch sehr sympathisch. Man steckt das Ding rein, denn sagt der Laptop, ach, neue Kamera gefunden, HD-Webcam oder so heißt das Ding. HD-Webcam? Ja, das kann ich euch nochmal genau sagen, unter welchem Namen das da gefunden wird, auch in der Systemsteuerung. Dann stecke ich es immer wieder rein hier und starte mal den Laptop. Auch in OBS-Studio, da wird sie als, wie hieß der Name, ich starte jetzt im OBS-Studio, da wird es mir hier direkt angezeigt. So findet ihr sie auch in der Systemsteuerung. Audio, Video hier, Video, Aufnahmegerät. Genau, wird als HD-Webkamera, wie das Ding angezeigt, auch in der Systemsteuerung. Und beim Mikrofon genau das gleiche, HD-Webkamera müsst ihr da einstellen. So. Äh, gut, dann haben wir das auch noch beantwortet, schnell. Wir runterfahren hier das System. Pass. Ja. Noch mal der Größenvergleich. Das ist die HD-Kamera. Die Logitech, die Full-HD-Logitech-Systeme, die sind noch deutlich größer. Die sind viel breiter. Haben natürlich auch eine anständige Tiefe, ungefähr so die Tiefe wie hier. Also nicht, dass ihr denkt, dass diese extrem kompakte HD-Webcam von Logitech, die 525, die ja auch schon bis ins Alter gekommen ist. Die ist nichtsdestotrotz, finde ich die immer noch cool. Aber, äh, die ist besser. Die ist deutlich besser. Also die wird meine Logitech ablösen. Und das war ja auch das erklärte Ziel. Eine Full-HD-Kamera, äh, mit gutem Ton, mit gutem Bild, was beim Stream zu YouTube benutzt. Am besten OBS-Studio, äh, weil ihr da die Qualität einstellen könnt. Nicht das, äh, was ich gemacht hab. Findet ihr unter dem Video auch den Link. Dann könnt ihr euch diesen, diesen dreieinhalb Stunden Brocken einfach mal angucken und anhören. Und dann wisst ihr, wie die Ton- und Bildqualität ist. Allerdings bei der Bildqualität, wie gesagt, ein bisschen pixelig. Ist mir auch schon gleich auch beim Stream aufgefallen. Weil der Widmesser hat mir so ein Bild angezeigt. Und das sah auch schon an einigen Stellen pixelig aus. Also nicht so sauber wie bei, wie die Qualität in OBS-Studio. Ja, aber das hat mit YouTube zu tun. Das ist, äh, YouTube komprimiert die Sachen echt kaputt, ne? Äh, schon während, während der Übertragung, ne? Also die Bandbreite wird da auch nicht runtergesetzt, ne? Und das kann man bei OBS-Studio natürlich hier, äh, dezidiert einstellen. Äh, angepasst an die Bandbreite, die man hier zu Hause hat, ne? Zum Beispiel mit 10 Megabit kann man dann die Sachen zu YouTube hochschaufeln. Und dann wird das natürlich auch entsprechend knackscharf, ne? Klar, YouTube wird dann nachher im Nachgang komprimiert, YouTube die Sachen immer noch runter, wahrscheinlich auch Platz zu sparen. Aber das sieht dann immer noch sehr, sehr gut aus, weil das Basismaterial sehr gut ist. Und hier ist es schon wahrscheinlich so, dass das Basismaterial schon stark komprimiert live zu YouTube übertragen wird. Jo, aber das ist ein YouTube-Problem. Ansonsten Top-Bild, Top-Ton. Also der Tongefühl mir auch gut im Vergleich zur Logitech. Ihr habt es am Anfang gesehen oder vorhin hatte ich es euch ja auch nochmal eingeblendet. Und ihr könnt euch das auch nochmal selbst runterladen, die Original-Files. Und dann nochmal vergleichen zum, lege ich unten, auch unten in die Videobeschreibung, brauche ich den Link rein. Die Downloads von den drei Kamerasystemen, die ich jetzt miteinander verglichen habe, dann könntet ihr auch vergleichen, was den Ton angeht, von dem Huawei, und das Bild von dem Huawei, was den Ton und das Bild von der Logitech angeht und was den Ton und das Bild von der Insta INW2 angeht. So habt ihr denn alles, was ihr so braucht, um zu einer Entscheidung zu kommen, zu sagen, ja, coole Sache. Wie gesagt, dieses kleine Stativ hier, das finde ich auch echt lustig. Das Interessanteste natürlich an der Webcam ist, dass es eine der ganz wenigen ist, wo man unten Stativ anschrauben kann. Das ist ein ganz stinknormaler Viertel Zoll Stativ, Stativgewinde. Hat jedes Stativ diese Geschichten und jeder Selfie-Stick und, und, und. Oder oftmals haben die Selfie-Sticks sowas auch. So kann man das Ding natürlich auch schön flexibel auf dem Tisch betreiben. Man muss es nicht direkt am Laptop oben betreiben, man kann es auch auf den Tisch stellen und den Laptop kannst du woanders hinpacken, wenn man möchte. Also man ist da immer flexibel, ihr seht das. Top. Echt top. Kann man nicht nutzen. Finde ich ganz sympathisch, dass Insta da noch so ein Kunststoffteil beigelegt hat und vor allen Dingen alles gummiert. Und hier, wie gesagt, auch gummiert, gummiert. Selbst die Stirnseite ist gummiert. Wenn ihr das Teil an eurem Laptop benutzt, dass ihr da keine Kratzer reinhaut in euren Laptop. Über den Kunststoff. Ja. Also passt. Preis-Leistungs-Verhältnis top. Ihr merkt, ich bin begeistert. Drum auch dieses Video. Ich wollte euch das unbedingt mal zeigen. Ja, habe ich jetzt gemacht. Und wenn ihr noch etwas habt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wollen wir mal schauen, was da noch kommt. Ich werde auf jeden Fall nochmal diese Geschichte, würde ich euch vorstellen, aber auch nur deswegen, weil einige gefragt haben, Ja, Penn, zeig uns das mal. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich habe auch die Anwendung. Und da biete ich euch dann unter Umständen auch an, dass ich das für euch digitalisiere. Wenn ihr mir nicht zehn Videokassetten zuschickt, sondern wenn es wirklich nur ein oder zwei Videokassetten sind, ihr packt Rückporto bei und dann digitalisiert euch das, brennt euch das auf eine DVD, auf eine Blu-Ray oder welches Medium ihr auch immer haben wollt. Und dann habt ihr die Daten. Oder ich packe euch das zusätzlich noch auf meinen Server zum runterladen, die digitalisierten Videos. Dann sind die Sachen zwar hier digitalisiert, sie würden aber sofort auf meinem Server liegen und ich würde euch per E-Mail sagen, pass mal auf, könnt ihr euch sofort runterladen. Und das weiterverwursten, das Material, wie auch immer. Das digitalisierte Analog-Material. Das funktioniert echt nur mit so einer Karte. Ich habe da viel, viel ausprobiert, aber in dem entsprechenden Video sage ich da auch noch Details zu. Wie gesagt, mit der Samsung, die 780 QVO, 1TB, kann ich echt empfehlen. Echt ein Preis-Leistungsschnäppchen. Die kostet nur noch 89, da habe ich 98 für bezahlt. Und ich habe gesehen, vor ein paar Tagen ist hier runtergerauscht bei Amazon von 98 auf, ich glaube, 88 oder 89 Euro. Habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich denke, das ist so eine Scheiße. Kurz nachdem, wie hier war, ist die noch mal über 10% im Preis runtergesackt. Also für 89 Euro, echt das Superschnäppchen. Das Superschnäppchen könnt ihr euch noch einblenden, wenn der Preis noch stimmen sollte, wenn er immer noch aktiv ist. Also könnt ihr bedenkenlos kaufen, ihr braucht keine Evo, die tollen Evo, die sind, haben ein paar kleine Vorteile, aber ihr werdet es im praktischen Einsatz nicht merken, wenn ihr nicht irgendwelche 200 GB Brocken da hin und hier schaufeln müsst. 1TB, tolles Arbeitstil, bin echt begeistert von der 780 Evo. Wenn ihr da noch mal ein Review haben wollt, schreibt es unten in die Videobeschreibung oder schreibt mir eine E-Mail, denn würde ich euch das auch noch mal vorstellen wollen. Link kann ich euch ja mal zu dem Teil auch noch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Eine tolle Festplatte, also Riesenspeicher, also in Anführungszeichen Riesenspeicher, 1TB SSD-Speicher und klasse das Ding. Garantiert sind hier glaube ich 360TB Schreibleistung, 360TB. In der Evo-Variante sind es 600TB. Also wenn ihr die 1TB in der Evo-Variante holt, dann habt ihr 600TB. Wie, warte mal. Ja, ich glaube, 600TB sind da garantiert und hier sind es 360 irgendwie so. Das müsst ihr erst mal zusammenkriegen, meine Freunde. Also da zerfällt eure Rechner oder euer System vorher zu staub. Ihr diese Grenze überhaupt erreicht und vor allem, wenn diese Grenze erreicht ist, ist die Platte ja nicht kaputt, sie läuft ja weiter. Also es ist ja so, bei diesem Samsung-System, die schaffen ja ein Vielfaches von dem, was Samsung garantiert. Aber das garantiert halt Samsung. Das ist garantiert, da wird sie nicht auseinanderfallen. Aber sie wird nicht bei 360TB sagen, so jetzt bin ich kaputt. Sie kann das doppelte, dreifache, zehnfache sogar schaffen. Wie diese Evo-Modelle, die sind ja auch nicht unzerstörbar, die Teile. Und das ist wahrscheinlich bei dem genau das Gleiche. Nehme ich mal an. In ein paar Jahren wissen wir mehr. Aber das Interessante an der QVO ist, dass sie eben, wie gesagt, einen enorm geringen Preis hat. In Anführungszeichen. Einen enorm geringen Preis. Wo kriegt man für 89 Euro eine 1TB SSD und dann auch noch vom Samsung nirgends. Also toll, das Teil. Mache ich, wenn ihr wollt, auch noch mein eigenes Video zu. Schreibt es einfach unten in die Videobeschreibung oder in die E-Mail. So meine Lieben. Jetzt höre ich aber endgültig auf, mir waren gesappelt. Jetzt habe ich euch zugeschwafelt. Genug zugeschwafelt zu einem, zu so einem einfachen Teil hier. Ich denke, ich habe da alles zugesagt. So, haut rein. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und mir gewogen. Tschüss, peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017